Meine Damen und Herren, es ist schon wieder soweit und ich glaube, ich sage es jedes Jahr im Video. Ich habe es mir nicht angeschaut vom letzten Jahr, aber es ist unglaublich, wie schnell die Prüfungen da sind und das denken Sie wahrscheinlich auch. Und dieses Jahr waren Sie gar nicht so früh da, denn es war natürlich ein ganz spezielles Jahr. Und hier ist also das Video, wo ich Ihnen wirklich alles, alles Gute für die Abiturprüfungen 2020 wünschen will. Ich kann mich wirklich gut an das Gefühl erinnern vor den Prüfungen. Das kommt jedes Jahr auch bei mir wieder so ein bisschen durch, wenn die Prüfungen anstehen. Also ich fühle da wirklich mit Ihnen und das ist einfach ein Gefühl, das dazugehört. Und ich glaube, das wissen Sie ja auch mittlerweile. Sie haben ja viele Jahre Schule hinter sich. Ja, ein total spezielles Jahr mit den Corona-Lockdowns. Und dennoch bin ich sicher, dass Sie das super machen werden und dass Sie jetzt wirklich gut vorbereitet sind. Ich halte das auch für gut, wie die Prüfungen verschoben worden sind, wie sie jetzt liegen. Ich glaube, dass das toll funktionieren wird. Und da wünsche ich Ihnen wirklich alles, alles erdenklich Gute. Sie werden das super machen. Und Sie wissen es, es war mir in diesem Jahr wirklich ein großes Anliegen. Es war mir wirklich ein persönliches Anliegen, irgendetwas zu machen in dieser Phase, in dieser Lockdown-Phase oder in diesem speziellen Jahr. Sie irgendwie zu unterstützen und das war jetzt die Webinar-Reihe, die ich ja nicht alleine, sondern dann auch zusammen mit der virtuellen Berufsoberschule abgehalten habe, wo auch viele Kollegen dann dafür gewonnen werden konnten, die dann auch dabei waren. Und ich hoffe, dass Ihnen das geholfen hat. Mir war das wirklich ein großes Anliegen. Und deswegen steht es auch hier vielen Dank für, ja, unglaubliche 4738 Besucher in meinen Webinaren, in meinen BWR-Webinaren. Mir hat es wirklich immer Spaß gemacht, Sie zu treffen und mit Ihnen da Aufgaben durchzurechnen, Theorie nochmal zu wiederholen. Und wenn es Ihnen geholfen hat, dann war das jede Mühe wert, wirklich. Dann war das wirklich jeden Aufwand wert und mir war es echt wichtig und ich freue mich daher, dass das auch so erfolgreich war und dass Sie das auch genutzt haben. Also das hat mich wirklich immer gefreut. Und ich habe natürlich auch Videos in meinem Kanal veröffentlicht und hoffe, dass ich vielleicht auch noch zwei, drei schaffe bis zum Wochenende. Ich bin wieder viel unterwegs, auch diese Woche. Von daher kann ich Sie nicht abschließend versprechen. Ich bleibe aber natürlich dran wie immer und wenn Ihnen das geholfen hat, dann freut es mich natürlich auch. Eventuell kommen da nochmal ein, zwei Videos. Mal gucken, wie ich es eben schaffe. Vielen Dank nochmal für Ihr Vertrauen in diesem Jahr und ich habe es jetzt fünfmal gesagt und ich sage es gerne auch ein sechstes Mal. Alles, alles Gute und ich freue mich gerne auch über Rückmeldungen, wie es bei Ihnen gelaufen ist in den Kommentaren hier zu dem Video oder zu den anderen Videos. Das ist doch klar. Alles Gute und Dankeschön.